jemand wie eine spionage netzer kaufbau es heißt hier ekelhaft als bestreben für kanada die amnus ich habe vergessen die jetzt zu drücken das goldene zeit aber wir können jetzt auch ok dann passt ja großartigen anführer kontrolliert die institutionen haben wir gar nicht ist ja auch interessant was sind denn alle da oben war eine doch nicht da ist eine wir natürlich wie den globalen handel ergriff schade so ist die frage das jeden erst ein bisschen jetzt ich habe es hinschicken oder was so ein schau ist na gut dann schicken wir da halt eine flotte hin die da die waren wir da glaube ich nicht mehr wirklich kommt auch mal hier rüber zur deutschen bucht ja passt also hier könnt ihr euch mal zu ziehen danke jetzt haben wir hier branden bursch das gehört alles mir naja bahamas alles alles doof das hier gut recht stimmt ja die man sich ja auch überall breit das sind nach edison weg so weit das sind nur noch da und ach da die sind besetzt von nationalisten ok da sind die auch bald weg da wie das bremen dann sind die auch fast weg sehr schön ach da ist auch noch aber das wird dann auch gleich sein also die den bahamas hier das gefällt mir nicht überhaupt nicht hier irgendwo ansprüche nicht wirklich naja könnte man ansprache machen so jetzt effizienz das ist ja schön den ganzen salzhandel auch schön irgendwelche nationalisten die mir egal sind ich will da jetzt sterben mir die ganzen befehls aber ganz nett was verdammten ming das hier aus die sind auf 100 alpertuni 100 diplomat krieg mal sehr geil 50% weniger ach wir haben schon einen guten ok dann da brauchen wir das eigentlich nicht ich möchte erst mal auf dingens gehen eine von zwei insgesamt blablabla okay dauert noch domingo gommels prestige eigentlich nicht könnte man höchstens hier machen die lüdi atmen machen zoll zoll hier oben das haben wir auch konvertiert und dann noch lumbaria kann man jetzt ist ein bisschen teuer oder das da die fahrer was machen wir jetzt nicht ist wenn krieg mainländischen nationalisten provence werden ziel und dann bilden ludrigen pfalz das haben wir da eine ansprüche hammer ein paar schweiz haben auch ein trago safer blöd ist denn raku sa hallo da ich bin auch blind was machen wir denn als nächstes der gang gegen frankreich aber die sind mit ming verbindet skandinavien wäre nicht dabei gerade so ming wäre dabei schwierig schwierig das verbieten wir mal so dann machen wir dinge ins ansprüche können wir noch welche machen trotzdem ja auch sind die mal da ne kommen noch was das nach england okay passt du folie scherken die müssen wir uns mal als nächstes holen was nein wow vielleicht schaffen wir das ja doch mal irgendwie natürlich klasse können sie noch subventionieren maximal nur von 15 er ist und ist sehr toll heute wahrscheinlich eher die personalen und nennen enden ja habe ich hier unten der macht bei österreich daran gedacht bremen war es noch genau da haben wir noch einen anspruch hamburg sachsen uldricht und jetzt angreife kommt frankreich mit rein sehr schön ach mehr noch waffenruhe wandern weiter 17 ok hier morgens wird kann ich noch irgendwas angreifen keine ansprüche weiter ist das auch so pro morgens die helfen da da habe ich auch noch mehr um stehen ich habe mir den osman verbündet gegen pro wars von gehen mit meinen verbündeten verbündet also ein zumindest der ungünstig bin die schweiz angreifen hast du noch so notringen wo war so gut ja das wäre ein ziel da haben wir auch noch einen waffenstillstand böhmen könnte man angreifen das wäre noch eine idee dann werden wir uns hier mal positionieren ach gut ist ja schlecht kommen wir da runter kommen wir mal von zwei seiten ha ha befreit ihn mal oha wollte englische drohnen das ist schlecht die sind ungünstig äh 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 die brauchen wir da nicht venetianischer kristall sehr geil geld nehme ich doch gerne das mal so so wie schaut es denn aus schon lang möchtest du jetzt ja jetzt möchtest du da müssen aufgeben gerne na gut dann nicht hast kriegst du das gar nicht du hast doch nichts mehr dann weil sich das falsch oh da hinten haben sie noch was ach verdammt nein darf es ja nicht wahr sein so das war es aber oder ach da auch noch oh man ich muss die echt komplett besetzen dafür habe ich hier nicht noch eine armee irgendwo da dann rüber mit dir machen wir das halt so ist mir auch recht auf jeden Fall besser ne sehr schön mal aufteilen machen wir mal so machen wir mal so ok ok wir haben die ganzen leutchen da kümmern da drauf da hoch da hoch da hoch oh ne gehen wir da rein ich bin hier selbst erhalten sehr schön wunderbar mal meluken sind da sind wir da mal hin mal hin ich bin hier ja jetzt habe ich an der falschen stelle spielen nach den netzwerken geschickt oder hier massina ja da brauchen nämlich jetzt kein da war mal gewonnen da ist kein general drin den kriegen wir dann nicht raus ne ne da hin in da hin das hat schon als jahre ok war mir mal ansprüche da reicht es nicht mehr schade so haben wir noch immer zu paar mutter so dann nehme ich da auf jeden fall ist mit die da schön ist dann unterwegs die haben auch das hier nämlich wieder raus gehen erst mal Obwohl, kann man eigentlich auch so lassen. Das ist ja wasch. Bade ja sehr unten. Hat die so eine hohe Autonomie. Allerdings. Kostenkulturänderung, ein bisschen Nahstärke könnte man erhöhen und dann hier nochmal. Dann wird das nämlich ein bisschen besser, dann geht es schneller auf jeden Fall. Ist das nicht zu lange so teuer? Wollte ich ja lassen, passen. Haha. Komm mal hier hoch. So, wie schaut es jetzt aus? Aber das geht nicht mehr. Dann haben sie mehr als 100 Krieg stand, das ist ja doof. Sehr doof. Mal das mal so. So. Oh shit. Das ist blöd. Das ist blöd. Das ist eher nicht so gut. Blöd. Sehr blöd. Verdammt ey. Wollte ich hier die nächste Tech, ne? Dann geht es. Aber es dauert noch. Schaut es denn hier aus? 97, 22, 98, 95. Baut alles noch. Ne, das hebe ich mir mal auf. Okay. Oh. Was haben wir hier noch? Ach, meine Religion. Da war ja noch was. Dann besetzen wir da halt noch ein bisschen. Das ist ja nicht das Problem. Okay. Ja, man kommt nie an. Jetzt ist er da. Okay. Brandenburg ist eine Großmacht. Sehr schön. Warte mal. Kommst du da eh rein, ne? Dann machen wir das mal so. Kommst du mir entgegen? Das ist aber nett. Wäre doch müde gewesen. Dann ist jetzt mal da das letzte. Dann gehört uns das auch. Sodele. Ah ne, bleibt mal da stehen. Da ist zu viel Verschleiß. Richtig? Ja? Nö, geht eigentlich. Das kommt nur von den Drogen. Ojoische Nationalisten. Warns mal. Oh, hier ist noch Genua. Weiß ich gerade. Äh. Kann man da mal ein Spiel in Narschen-Wettzeug machen? Okay. Und hier? Oh. Kann man da auch eins? Da kann man. Kann überall machen. Sehr schön. Nichts. Nationalisten. Aber diese ganzen Nationalisten hier. Ist ja schlimm. Aha. schicken wir da noch einen hin. Achso, jetzt haben wir gerade kein Dingens mehr. Wie lange dauert es denn noch mit der Annexion hier? Bis 12. Ja, dann können wir auch noch warten. Das passt schon. Bleibt da mal stehen, ja. Ist okay. Was? Wir haben uns beleidigt. Die Säcke. Skandinavien hat eine umkämpfte Nachfolge. Da könnte man dann ja mal eine Startsee machen. Wir haben schon wieder. Schottler ablehnen. Okay, das dauert noch ein bisschen. Das haben wir gleich besetzt. Das hier, das ist schon meine. Okay. Das da. Ah, da ist noch. Klein Fitzeldinger. Ach, das sind Kolonien. Hm, die könnte ich ja eigentlich zerstören, ne. Ist das eine Kolonie? Ne. So, hier oben haben wir Kolonien. So. Wo war noch eine? Da. Ist das auch eine Kolonie? Ist die schon besetzt? Ne, ist ja nicht besetzt. Machen wir das mal anders. Halbieren. Halbieren. Mal da hin. Mal da hin. Das ist das in Bameluken, ne? Ja. So. Das sollte dann laufen. Da haben wir besetzt. Da auch. Hennigau haben wir integriert. Sehr schön. Ein Stück gewachsen. Wann das? Hier, ne? Irgendwo? Ja. Neue Technologie. In Diplo. Aber ich würde hier gerne noch warten. Hm. Hm. So, Hennigau. Ist schon ein Start? Ja. Das da ist keiner. Passt. Können wir noch was konvertieren? Ah, Tessia. Wo ist das denn schon wieder? Tessia. Hm. Ist das hier unten irgendwo? Ne. Tessia. 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 Ja. Hm. Keine Ahnung. Ah, lassen wir hier weiter. Ich weiß es nicht. Das war's.